Alles richtig gemacht. Jetzt also lastet die komplette Verantwortung auf seinen Schultern. Mal sehen, ob er der gerecht werden kann. Und für sie war es das dann leider. Aus im Elfmeterschießen. Ja, das ist natürlich immer besonders bitter, wenn du den letzten Ball verschießt. Ich finde, sie haben trotzdem gut gespielt. Vielen Dank.